Kann ich Ihnen helfen? Mrs. Gader, wir bauen jetzt hier eine Rampe. Was für eine Rampe? Für Ihren Mann. Sind Sie von der Rehabetreuung des St. Erasmus? Und wir sollen dann auch noch die Toiletten verändern und die Durchgänge verbreitern und sowas alles, damit das Haus rollstuhlgerechter wird. Wer hat Sie hierher geschickt? Richie April. Richie April? Wir sollen fertig sein, bis Bienzie aus dem Krankenhaus kommen, Mrs. Gader. Verziehen Sie sich. Ich will mit dem nichts zu tun haben, nachdem was Herr Peter angetan hat. Sie hat ja Probleme, aber ich kann Richie nicht sagen, dass das hier nicht erledigt wird.